Also Leute, wir sind es wieder, die Jupp-Redakteure von Jupp Berlin. Und wir sind heute auf der You-Messe und haben ein kleines Spielchen für euch vorbereitet. Genau, und zwar heißt unsere Challenge die 10 Minuten Gauner Challenge. Und dabei geht es darum, dass wir in zwei Teams, einmal Mara und Feli und Marie und ich, Sophia, dass wir in 10 Minuten so viel gaunern, wie wir nur können. Eine ganz wichtige Sache ist, es darf immer nur eine Sache genommen werden. Also jetzt nicht irgendwie 50 Flyer vor, also dass wir denselben Flyer nehmen. Und man muss nach den 10 Minuten auch wieder hier sein, also vor Ort. Wenn man es nicht geschafft hat, dann ist man leider raus. Das ist die Challenge. Los geht's! Also, das erste, was wir uns einfach hier einnehmen, ist, wenn wir von jedem so einen Flyer, weil Hauptsache eins, ne? Junge, wir werden halt so hart gewinnen, deswegen. Ich muss einen loshaben. Ja, sehr gut. Oh, ich habe leider verloren. Und tschüss. Schon so ein bisschen unhilflich. Dankeschön. Steh! Das haben wir schon, braucht man nicht. Darf ich mir auch sowas hier mitnehmen? Ja, das kann ich alles mitnehmen. Ja? Juhu! Ja, geh mal weg, ey! Das ist mein... Oha, was für eine Flache! Darf man sich hier so einen Stift mitnehmen? Natürlich. Dankeschön! Darf ich mir so einen Riesen nehmen? Ja? Dankeschön. Danke, ja. Oha, wir kommen nie wieder raus. Ich komme ein bisschen schamlos rüber, wenn ich hier immer was nehme und Leute gucke mich mich mal so an, wenn ich mal fragen oder so, was wir hier machen, dann durchnehmen wir einfach. Boah, Alter, das ist viel zu viel. Ja. Nein, okay. Let's op. Ach, das kommt. Steh! Ah! Ah! Ach, nur, die haben verloren. So, Mara, Feli, jetzt zeigt mal nochmal, was habt ihr hier. Danke. Also ihr habt halt echt nur Flyer, so, ne? Ja, aber... Aber... Also... Das war ja nicht gering. Ich hatte mal einen Dimmstuch. Das war mal ein Dimmstuch. Genau, Marie, was haben wir hier? Wir haben hier einen Spiegel, Pflaster, wir haben eine Sonnenbrille, wir haben eine Sonnenbrille, die, die wir hier haben, die sind wirklich richtig, richtig schön! Ja, viel krasse! Das war's.